Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 10. Juli. Gut, wir starten wieder mit dem Rückblick auf den Vortag, auf den Donnerstag. Wir sind am Donnerstag nahezu unverändert mit einem minimalen Abschlag von 0,04% bei 12.489 Punkten. Aus dem Handel gegangen, hatten uns aber im Tagesverlauf dann sehr volatil verhalten, sind dann im Tageshoch bis in unseren Short-Bereich hier hochgelaufen. Zwischen der roten und dunkelroten Markierungslinie haben wir dann das Tageshoch erreicht und wir haben hier auch weiterhin die kleine, geschrickelte, rote Markierungslinie beachtet, die über Stärke oder Schwäche dann im Tagesverlauf entscheidet und sind hier nur ganz kurz über diese Linie angestiegen und dann wieder schnell nach unten abgetaucht und dann wie gesagt bei 12.489 Punkten knapp unter der Marke wieder von 12.500 Punkten aus dem Handel gegangen. Nachbürstlich ging es wieder etwas höher, Richtung 12.540 Punkte, also die Seitwärtsbewegung, die wir aktuell vorliegen haben, dürfte sich hier noch weiter fortsetzen. Der Modus ist aktuell weiterhin rot, allerdings könnte der aufgrund der aktuellen Seitwärtsphase auch schnell wieder in den blauen Modus drehen, der Kreis könnte dann wieder auf Long drehen. Für ein Short-Signal brauchen wir daher deutliche Kurse hier unter der Marke von 12.500 Punkten oder dann einen nachhaltigen Anstieg über die kleine, geschrickelte Markierungslinie bei 12.680 Punkten. Der Long- und Short-Bereich bleibt aktuell weiterhin gleich. Auch für den heutigen Freitag befindet sich der Short-Bereich dann unverändert zwischen 12.670 und 12.720 Punkten und dann der Long-Bereich ebenfalls unverändert zwischen 12.490 und 12.540 Punkten. Gut, die Markierungslinien im hier vorliegenden Wochenchart bleiben ebenfalls unverändert bei 12.500 Punkten Dunkelgrün, wo wir hier immer wieder nach oben abprallen, dann bei 12.700 Punkten Hellgrün, wo wir dann nach oben durchbrechen müssen, damit wir dann eine neue Aufwärtsdynamik generieren könnten und dann ganz oben bei 13.000 Punkte würde sich dann bei der roten Markierungslinie die nächste Anlaufmarke befinden, sobald wir dann über 12.700 Punkte ansteigen würden. Brechen wir hier nach unten durch unter die dunkelgrüne Markierungslinie, dann würde sich die nächste Anlaufmarke ungefähr hier bei 12.200 Punkten befinden. Gut, dann wären wir erstmal wieder durch für heute. Ich melde mich dann wieder am Montag mit dem I&G Markets Morning Call und dem I&G Markets Chartflash und wünsche Ihnen schon mal ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns beim I&G Markets Morning Call und dem I&G Markets Morning Call und dem I&G Markets Morning Call und dem I&G Markets Chartflash